Bei Bauersuchtfrau Bekanntheit Denise Munding beginnt das neue Jahr mit einem traurigen Todesfall. Bauersuchtfrau Denise Munding Erneuter Todesfall Denise Munding, 34, liebt ihre Tiere über alles. Zuletzt musste die ehemalige Bauersuchtfrau Teilnehmerin jedoch einige Rückschläge verkraften. Vor ein paar Monaten hatte sie einen heftigen Unfall mit einem ihrer Bullen, der sie in die Luft geschleudert haben soll. Wenig später ist ihr geliebtes Pony Blackie verstorben. Nun musste Denise erneut Abschied nehmen. Denise Munding kündigt Netzpause an, werde mich etwas zurückziehen. Zum Jahresbeginn meldet Denise Munding sich mit traurigen Nachrichten zu Wort. Nachdem es ihrem kranken Pony zuletzt wieder etwas besser ging, ist es nun verstorben. Zu einem Foto des Tieres schreibt die Pferdewirtin. Wir wünschen dir auf deinem letzten Weg nur das beste kleiner Mann. Du hast dich so prächtig erholt, zugenommen und wieder Spaß am Leben gehabt. Und nun passiert so etwas Unerwartetes und für uns nicht Nachvollziehbares. Wir sind in tiefster Trauer und können es noch gar nicht verstehen. Ihr kürzlich verstorbenes Pferd Blackie war die Mutter des Ponys. Das nächste Pferd nur wenige Wochen später ziehen zu lassen, versetzt Denise verständlich in große Trauer. Auf ihrem Instagram-Account wird es deshalb erst einmal etwas ruhiger, wie sie ihren Fans mitteilt. Unser Jahr hat alles als gut begonnen und ich werde mich etwas für die zurückziehen für die nächsten Tage, um alles einigermaßen verarbeiten zu können. Seid mir also nicht böse, wenn ihr nicht viel hören werdet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017